Und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Nicht-Let's-Play. Das ist auch wieder nur eine Demo, aber ich möchte ja so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und deswegen spielen wir jetzt so ein Gelegenheitsspiel. Das sieht auch schon richtig toll aus. Ich habe einmal kurz reingeguckt. Es ist wirklich nichts Besonderes, sage ich mal. Aber es macht nach einer Zeit wirklich Spaß. Also erwartet jetzt nicht wirklich so ein Riesengeam oder so. Aber ich kann euch wirklich sagen, es macht verdammt viel Spaß. Und ich denke mal, ich fange einfach mal an. Und ich denke mal, wir fangen mit dem ersten Level an. So, das ist noch vom Tutorial. Das brauche ich natürlich nicht. Es geht darum, dass ich diese süßen kleinen Monster... Diese süßen kleinen Monster, jetzt kann ich da gar nicht mit der Maus sehen, rechts in den Aufzug schießen muss. Dazu halte ich eins an, das auch nicht gerade begeistert ist. Und töte es. Upsala, das sollte natürlich nicht passieren. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass man die auch töten kann. So, ich halte dich fest. Schieb dich da hin. Mach dann den hier. Moment. So. Ah, nein. Oh, das ist das erste Level und ich verliere schon. Moment, jetzt aber. Oh, nein. Moment. Komm, du aber. Liebe. Juhu. Aller Anfang ist ja immer schwer. Oh, nein, 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 nein. Jetzt aber. Hey, wait a minute. And up. Oh, nein. Juhu. Einer lebt. Gerade hatte ich aber... Alle vier reinbekommen. Und das ist wirklich wahr. So, okay, okay. Äh, ich muss diese zwei Knöpfe drücken, damit der, damit die Aufzugkür sich öffnet. Oh, nein, it's really a beautiful day. Und jetzt nehme ich den hier. What? Okay, das hat nicht geklappt. Ich kann aber auch sowas hier machen. Dann habe ich nämlich so eine Hilfe. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal. Moment. So. Dankeschön. Nehmen wir dich mal. Und... So, lauf. Dankeschön. Moment. Ne, ich warte aber nicht. Wander. Eins. Ist jetzt noch keiner gestorben. Zwei. Oder ist... Doch. Oder? Wander ist nicht vier? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh. Tata. Yo. Oh, verdammt. Einer ist mir gestorben. Ja. Schön. Gut. Das kenne ich nämlich jetzt noch nicht. Das ist neu. Jetzt muss ich aber mal gucken. Äh, die müssen da rüber, über die Sägeblätter und, äh, auf die Spiralen und von da aus... Oh, das, äh, werde ich, glaube ich, nicht sofort schaffen. Moment da. Nein. Nein. Ich wollte noch nicht. So, noch einmal. Und... Fliege. Oh. Oh. Oh nein. Du wirst leben. Ich verspreche es dir. Du wirst leben. Lebe. Ja. Nein. Oh. Oh. Ähm. Hat der jetzt zu mir, äh... Ich möchte das nicht wiederholen. Und... Hüiui. Oh. Oh. Nein. Komm, du aber. Okay. Und... Hüiui. Lebe. Lebe. Juhu. Juhu. Oh, das ist das Telefon. Super professionell. Einen Moment. So. Ja, das kann passieren, wenn man das Telefon nicht auf leise stellt, was ich regulär mache. Ähm. Oh, das war jetzt ein bisschen lange. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich klicke mal hier drauf. So. Ah, Vanillatoren. Du, 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 du. Ah, okay. Äh, wo ist denn hier ein... Da ist einer. Moment, ich nehme mal dich. Und mache mal den hier. Oh. Dich. Und mache den hier. Nee, Moment. Du musst ja da drauf springen. Ähm. Hab ich... Ja, ich muss da nochmal die Hilfe nehmen. Ja, die von dir. Ah, los. Nein, verdammt, das ist gar kein... Ach, da oben. Da oben. Oh Gott, wie kriege ich... Das ist böse. Ich kriege den jetzt da gar nicht mehr weg. Ich kriege den da jetzt gar nicht mehr weg. Das ist natürlich blöd. Da. Ah, so. So, 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 so. Das ist großartig. Hm. Stopp. Ich brauche dich mal. Was, du Baby? Hä? Ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen... Da kann ich nicht her, aber da. Nein! Guck mal hier. Ah, was? Moment. Dann könnte ich doch theoretisch den hier machen. Dann wird der doch... Das ist so beautiful, ey. Das ist so beautiful, ey. Ich verstehe das nicht. Der bleibt ja nicht... Der bleibt doch nicht dahin. Ich nehme den jetzt... So. Wenn ich das so mache, dann... Oh. Ah. Okay. Anders geht's. Ah, das ist nicht hoch genug. Komm mal her. Und du auch noch? Ja, da brauche ich natürlich immer ein bisschen länger. Aber, äh, ja. Alle schaffen es in den Aufzug. Ich dachte jetzt erst echt, ich muss da oben irgendwie durch die Lücke über die Spirale... Wieso steht denn da Minus Eins? Habe ich eingeschrottet? Hm. Ne, habe ich gar nicht. So, bitte nicht da runterfallen. Oh nein, was ist denn hier jetzt? Ne, da habe ich jetzt... Ich habe da jetzt gar kein Lust drauf. Ich möchte das jetzt mal ohne Hilfe machen. Habe ich ja gerade fast auch geschafft. Geh mal da weg. So, weg damit, ihr stört. Hey, hey. Ah, Moment. Das ist ja so ein bisschen so wie Angry Birds, sage ich mal. So ein kleines bisschen. Oh, oh. Und tot. Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt aber. Nein, das war nicht hoch genug. Nicht sterben. Moment. Und... Nein. Moment mal, das klappt aber auch. Jetzt habe ich aber nur noch einen. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen. Nein. Komm, einen schaffe ich aber. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Moment. Moment. Moment mal, wir sind noch. Übrigens, den Link zum Spielen findet ihr natürlich wieder in der Beschreibung. Nein, möchte ich jetzt gar nicht wissen. Nein. Nein. Oh, oh. Ja. Hallo. Ah, hier ist mir wieder ein bisschen übermütig. Mann, schalte das ein. So. Oh, nein. Moment. Keine Panik. Keine Panik. So, jetzt aber. Hä? Oh, oh. Das ist, glaube ich, nicht gut. Nicht da rein. Nicht da rein. Oh, nein. Oh, lauf weiter. Du schaffst es. Ist nur Feuer. Nicht. Oh, nein. What? Ah, ich traue mich gar nicht. Nein. Ich habe das gerade. Komm, du schaffst es. Oh, nein. Ah, doch. Nein. Wie? Das ist falsch. Vielleicht gegen die Steine? Dann wäre das ja wirklich so wie irgendwie Burs. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Natürlich noch einmal. Ich probiere es mal aus. Nein. Und tschüss. Oh, die nerven. Die nerven gerade ein bisschen. Achso, ja. Ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist nur eine Demo. Aber ich finde auch, das sieht eigentlich ganz schick aus. Das sieht ganz schick aus. Und ich habe schon wieder... Moment. So. Vergessen, Kuh zu drücken. Äh, und wie gesagt, so für den Weiß ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und sterben. Und jetzt aber. Da drauf. Nein, du sollst da drauf. Nein. Manchmal sollte man sich die Hinweise doch schon, äh, durchlesen. Oh, höp, höp. Ich verstehe das einfach nicht. Okay, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt die nächste Hinweise dann doch. Weil wir sehen ja, dass es so nicht geht. So, hier. Du auch noch da rein. So, noch einmal. Weg. Weg. Moment, ich muss so kurz lesen. Ähm. Okay, aber hatte ich den nicht gerade schon da reingeworfen? Also, ich muss den wirklich... Nein. Nein. So. Ich soll den da reinwerfen. Nein. Warte. Warte. Das ist ein bisschen... Das ist echt gerade ein bisschen blöd. So. Und... Ja. Super. Ah, das wäre super. Das wäre super. Bitte brennt ab. Das ist natürlich blöd. Ich muss jetzt eine für opfern. Und... Ja, komm, mach peng. Es kann doch so einfach sein. Zack. Oh, nein. Eins. Zwei. Und drei. Ja. Ja, das hat jetzt etwas länger gebraucht, aber... Na ja. In Angry Birds bin ich auf jeden Fall besser. Oh, das geht natürlich auch ein bisschen... Bist du dir die Hilfe durch? Nein, du kannst erst mal proben. Und... Häpp. Nein. Oh, nein. Nein. Das ist schwer. Nein. Nein. Das ist wirklich verdammt schwer gerade. Und... Na? Ich glaube, ich hätte jetzt eigentlich schon aufgehen sollen. Ich weiß nicht, wann... Wann ich das genau... Ich... 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 Ich weiß doch nicht mal, ob meine Flugbahn hier korrekt ist. Und weg. Moment. Weg, 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 weg. Nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Äh, wie bitte? Ah, okay. Was? Nein! 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 Und wieder... Und... Nein, 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 nein. Und... Jetzt aber. Nein! Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? So, rein mit dir ins Feuer. Stirb. Wo bist du? Ich mach hier grad wirklich nur Quatsch. Jetzt gerade mach ich hier wirklich nur Quatsch. Weiter. Und tschüss. Das wär nicht schon wieder so ein Letzt-Fail jetzt gerade. So, ich muss dich... So, ich muss dich... Sag mal, Lernfähigkeit... Null. Du musst da rein. Oh, du brennst schon. Hey, kannst du da reinspringen? Oh! Das konnte er nicht. Er muss... ins Öl fass. Oh. Warum? Ich kann das einfach nicht ablassen. Das ist doch nicht wahr. Und... Hüpp! Nein! Nein! Und nochmal, hüpp! Bist du drin? Ich mach das jetzt einfach irgendwie... Oh, er brennt. Oh, er brennt nochmal. Hm. Vielleicht sollte ich ja... Vielleicht sollen die ja ins Feuer... Gut. Und dann, wenn die brennen, sollen sie zum Öl fassen. Das heißt, ich mach das jetzt mal so. Das ist auch falsch gewesen. Oh, was? Das klappt nicht. Das funktioniert gar nicht. Das vielleicht? Mann, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Also, ich möchte... Ich möchte das Reve jetzt noch irgendwie schaffen. Ah! Nein! Nein! Oh, nein! Oh, warum? Nein, Teddy, warte mal Hilfe! Warum? Oh, warte mal Hilfe! Da! Wo ist er? Das ist... Das ist verkehrt rum. Wie mach ich das? Moment, Moment! Ich habe da eine Idee. Nee, so... Nee, ah, wo bist du? So, das wollte ich nicht so. Da, gegen dann. Und dann... Ah! Verdammt! Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Rein da! Ach, am Anfang springt der auch gar nicht so hoch. Hm. Ah! Ich schieße jetzt einfach wild durch die Gegend. Das wird schon irgendwie klappen. Oder auch nicht. Wah! Menni! Menni! Mann! Lest doch einfach die Nachricht. Ach, das ist nein. Jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Oh mein Gott, da sind Bomben! Ich habe die Bomben nicht gesucht. Die Bomben. Die Bomben. Ähm. Ah! Kudu! Es ist heute nicht so weit Tag, muss ich sagen. Nein! Menni! Menni! Ach, wie cool! Jetzt brennt der. Moment. Nein! So. Brenne. Bombe, 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 Bombe! Nein, du bist falsch! So. Gut angebrannt. Wieso? Wieso immer so viel? Das ist so gut. Jetzt aber. Nein! Ah! Das ist nicht wahr. Ich sehe die Bomben. Jetzt ich sehe sie, okay? Ich sehe sie. Hilfe! Ich bin nicht weg! Ah! Kuh drücken! Was ist denn hier los? Oh Gott, wie schlecht kann man bitte sein? Ja, 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 ja! Ja? Hey! Hey! Vergessen, ins Feuer zu legen. Rein ins Feuer! Ab in die Bombe! Erstmal in das Feuer. Nein! Nein! Ah! Ja! Ja! Nein! 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 So. So, jetzt wird das da alles nass zu mit dem Öl. Und ich muss es schaffen, da auf meinen Einzeln explodieren zu bringen. Da, wo die Bomben sind. Was ja eigentlich bestimmt ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ganz leicht ist, wenn man Kuh tut. Oh! Ja, der ist fast heiß genug. Nein! Der ist so weit! Du aber. Gut angebraten. Du bist wunderbar. Nein! 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 Ah! Da kann ich einfach nicht ruhig bleiben. Ich kann gerade nicht ruhig bleiben. Explodier! Explodier! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh! Da kommt es. Da kommt es. Ah! Ja! Du schaffst es. Ich glaube mal nicht. Hallo? Oh! Ja! Ja! Ja, es ist passiert. Oh, Feuer. Ja, komm. Geh doch da rein. Geh doch da rein. Achso, ich muss jetzt warten, bis das abgeworfen ist. Ich kann aber noch zwei retten. Das bleibt nicht so lange. Was? Jetzt zwei kann ich... Ich glaube jetzt an euch. Ihr müsst ab in die Freiheit. Das war mein Fehler. Es tut mir so leid. Ja. Ich habe es einfach nur nicht verstanden. Ja. Zwei gerettet. Ja, das war doch einfach. Yay. Oh, okay. Das ist super. Dann wende ich jetzt nämlich auch hier mal die Aufnahme. Ist natürlich nicht so gut. Oh mein Gott. Das ist natürlich nicht so gut gelaufen. Hm. Nee. Aber wer selber spielen will, Link ist in der Beschreibung. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Achso, Entschuldigung, dass ich ein bisschen gehetzt heute geredet hab. Aber das macht das Spiel. Das ist nicht meine Schuld. Bis zum nächsten Mal.